Hallo zur Szene München. Rockstocks nennen sie sich und sind eine der bekanntesten Rockcoverbands der Stadt. Am 15. Juni 2012 haben wir unseren ersten Gig gehabt im Kirjans. Ganz überraschend, da haben wir uns gerade drei Wochen gekannt vorher. Rockstocks nennen sie sich und hauen Sie sich. Rockp 하나! Rock target! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020